Geht es dir gut? Nein, dank dir. Du musst vorsichtiger sein. Das wollte ich nicht damit sagen. Uriel ist tot. War das die Dämonen? Es war ungehorsam. Er war nicht auf unserer Seite. Ist das wahr? Habe ich das erste Siegel gebrochen? Was ist denn das? Wer? Als wir es von Liliths Klein erfahren konnten, haben wir die Hölle nicht aus den Augen gelassen. Und wir haben uns durchgekämpft, um danach anpassen zu müssen, bevor ich der Apokalepse den Weg liebte. Und wir kamen zu spät. Wieso habt ihr mich nicht einfach dran gelassen? D. Glaub mir. Du bist nicht schuld daran. Das ist das Schicksal. Der Rechtschaff in einem Mann, der es beginnt, ist der einzige, der es beenden kann. Du musst es beenden. Du musst es beenden. D. 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 Für euch, ich kann das nicht kassieren, das ist der Zugriff. Deine Daten erreichen für diese Vision, wenn ich nicht geeignet nicht bin, ich bin nicht stark genug. Ich schützlich bin nicht der Mann, den sich um die Väter gehofft hat. Such dich jemand anderen, ich bin es nicht.